Das ist Salinbeck 4. Keine Ahnung. Das ist das gröde Salinbeck, das ganz normale Salinbeck. Achso, ein Salinbeck intravenös. Ja. Irgend... Weiß ich nicht. Achso, das steht für intravenös. Ja, ja. Ich dachte, das steht für die römische Zahl 4. Nee, nee. Das heißt also IV, einfach intravenös. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall noch weitere Pfeile finden, wenn wir... Ja, die Armbrust ist schon nicht schlecht. Die ist übel nice. Ich mein, zum Zombies-Cape besonders halt, ne? Ja, hat man ja überhaupt gar nicht gehört. Nee, 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 nee. Also nicht viel. Nur ganz bisschen so, flupp. Ja. Ja. Ja, okay. Die anderen Häuser hab ich schon durchsucht. Hm... Hast du alle Garagen durchsucht? Ja. Also oben in der Stadt. Hier nicht. Ja. Nee, hier gibt's glaub ich auch keine, oder? Okay. Hier oben war ich in allem drin. Ja, okay. War eigentlich nix mehr. Hier findet man oft Essen und so. Zock dir mal noch Daisy. Mhm. Ja. Ja. Wenn du einmal anfängst, dann läuft das normalerweise. Wenn man anfängt, dann muss man auch ne richtige Session spielen. Genau. Mein Rechner ist zum zweiten Mal abgestürzt, weil er zu heiß ist. Ja, hier ist ne Tomate. Geil, Tomate. Jaaaa. Die ist über verrottet. Siehst du, ich find immer, ich find immer unverrottete Sachen. Hatt ich jetzt erstmal meinen Rechner eine Zeit lang ausgemacht, weil er zum zweiten Mal abgestürzt ist. Geht das hier auch auf? Nee. Nee, da geht gar nix auf. Was überhitzt denn? Keine Ahnung. Der CPU wahrscheinlich, ne? Ja, seit 10 Uhr. Also normal stürzt der nur ab, wenn die CPU zu heiß wird. Ja. Wird wahrscheinlich gewesen. Ach, deswegen hatte ich noch nie einen Absturz. Ich hab einen riesen Kühler auf meiner CPU. Ich hab einen Wasserkühler. Ja. Ich bin auch so hoch noch nie abgestürzt wegen dem Baum. Ich hab einen Alpenfünnbrocken. Könnt ihr den? Ja, der ist auch schlecht. Ja. Die ganzen Alpenfünn-Dinge sind hypergeil. Die EKL. Geil noch zu. Und wir alle eigentlich immer ins selbe gehen. Das ist voll... Geil! Jawoll. Du hast so ne gute Wasserflasche. Ja, die hol ich mir mal. Witzigerweise machen die mehr trinken weg, ne? Als die normalen Wasserflaschen. Was? Die ist auch noch eine. Na ne. Wird auf jeden Fall austauschen. Wird ihr heute Abend nochmal zocken? Oder? Ich hab ein bisschen Essen gefunden. Wie lang zockt ihr denn jetzt, wenn ihr einmal zockt? Äh, länger. Na dann, äh, durch. Eine kleine Session. Ey, habt ihr Wasser? Ich hab hier grad ne Wasserflasche gedroppt, die 100% voll ist. Oh. Was waren die normalen Wasserflaschen, eine? Ich würde noch eine nehmen, aber ich hab schon eine. Deswegen. Lieber erstmal an die anderen. Ich bin ein bisschen durstig. Hast du ne Wasserflasche? Ja, jetzt schon. Hier oben kann man immer noch richtig rein. Hier ist wieder so ein Sack. Oh, hier ist Cereals. Soll ich... Soll ich Chips nehmen? Äh, Crunching Chips? Ja, die sind schon geil. Nehmen halt vier Platz weg, aber... Ja, aber die nehmen vier Platz weg, deswegen... Äh, wo seid ihr denn hin? Hier ist ne... Oh, soll ich meine Waffe grün ansprühen? Oh Gott, ich hab irgendwie grad Schaden genommen. Ja, würd ich machen. Wo seid ihr denn hin? In das rote Haus? Backstein? Warte mal. Ich hab grad... Ach so. Ich budd die grad, budd du auch ein bisschen. Da... In der Ecke liegt auch noch was, ne? Äh, wo kann ich nochmal dieses ganze... Hier seid ihr. Warte. Ey, hier ist Milch nochmal. Ey, dann gibt's ja Milch... Milchpulver. Lauts. Aber ich find die in schwarz schon geil, irgendwie. Ja, passt. Hast du gerade grün? Zeig mal. Nee, jetzt ist schwarz. Ach so, ja. Ja, schwarz ist schon geil. Aber grün ist so ähnlich wie bei mir. Ey, wie krieg ich's denn hin? Warte. Dass ich das ganze Dingenszeug wieder weg mache. Also, äh... Was für ein Dingenszeug? Ach, wie heißt das? Okay, jetzt ist grün. Die ist bei mir grad extrem. Plur und... Äh... Motion oder was ist das? Äh... Post Processing ist das auch. Also hauptsächlich sogar. Also Video und dann... Ne. Mensch. Doch, Video... 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 Rendering... Äh... Rendering... Und Bloom und Rotation Plur ausmachen. Post Processing, äh... Auf null. Ambient Occlusion auf null. Ja. Ja. Also deaktiviert. Ja. Das macht schon viel aus. Na, es geht ja einfach nur darum, dass, äh... diese Dingens mich genervt haben. Das ganze, äh... Da liegt der gleiche Hut, den du hast, Niki. Ja. Der liegt überall. Der ist mega geil. Ja, ich hab den grad abgelegt. Ach so. Ich hatte nämlich, äh... in dem Haus vorhin, hatte ich den... denselben nur in Pristine gefunden. Ihr seht echt so nice aus. Ihr seht aus wie Striper. Ja, gell. Will noch jemand... Ich find den geil. Die DMR war eigentlich so die geilste... Also, wer... wer Chips will, ich kann den nicht aufnehmen. Äh, hier ist ein... grüner Spray. Ich hab's schon angesprüht, ne? Niki. Grün. Ja. Falls du mal sehen willst. Warte. Hier ist ein Buller-Absack. Kann man die Axt grün ansprühen? Ne, oder? Ey, warte. Ich glaub, wir können dir einen Rucksack improvisieren. Erstens sieht der nice aus. Und zweitens, äh... da hat er, glaub ich, mehr Platz. Du meinst mit dem Back, oder was? Habt ihr Sticks? Hier im Buller-Absack. Ne, Mist. Und Ducktape braucht man, glaub ich, auch, oder? Hier liegt aber... Aber ich glaub, man kann sich so ein... Ich glaub, man kann sich... Ne, ich glaub, man braucht Robes. Hab ich aber auch. Weil ich glaub, du kannst dir schon so einen Kuriersack... Der ist aber badly damaged auf jeden Fall, der Sack. Äh... Hier ist das, äh... Best-Loot-Haus. Für Essen und so. Wo denn? Das blau, äh... Gelbe. Bei mir ist das Bild irgendwie grad ein bisschen rot. Oh, ja. Kommt... Kommt in das Haus nebenan. Das einstöckige. Kent Peaches hab ich. Ey, das kenn ich ja noch gar nicht. Mmh... Kent Bacon Beans hab ich. Ne. Oh, schon wieder so ne Zucchini. Das ist das beste... Zucchini. Fresh Zucchini. Nicht nur ne normale Zucchini. Ja, hatte ich ja früher auch schon eine. Ich hab ja eine gegessen. Okay. Ja, bei mir ist die immer, äh... Wenn dann so normal halt. Normalfrisch. Oh, Mann. Ich hab jetzt hier ganz einen PU-Scope dabei. In Pristine. Das ist ja eigentlich zu schweiß. Wegwerfen. Zombie. Gehört. Oh. Oh, ja. Geil. Ne Maske. Lass dich umnieten. Äh, ich würd sie nicht aufsetzen. Geh' dich jeder. Ah. Ah, da bist du. Seid ihr. Mach da. Hey. Ja, okay. Und jetzt nochmal aufm Kopf. Der lebt noch. Oder? Lebt's noch? Hallo? Ich glaub, die stehen nicht mehr auf, oder? Doch, doch. Der eben ist aufgestanden, ja. Oh, krass. Der ist aber eindeutig tot. Der liegt schon zu lange. Aber dann liegen die nicht so tot. So viel ich das weiß. Dann liegen die aufm Bauch. Kann sein, weiß ich nicht. Äh, da unterm Dingens ist noch was zu trinken. Ich hab eh schon viel zu viel. Was hat hier denn? Ach so, Black Beans. Äh, hier ist ne Mütze, aber die braucht ihr nicht, glaub ich. Nee, ich denk auch nicht. Unterm Tisch hier liegt noch, äh, was zu trinken. Was zu trinken, ja, hol ich. Gut, hier liegt nix. Ja stimmt, ich muss nämlich mal was trinken. Äh, warum nehmt ihr den? Äh, weil ich genug hab. Ich hab aber gesagt, hier liegt was. Ach so, ja gut, ich hab auch genug. Aber ich geb euch dann einfach was ab, wenn ihr irgendwie... Ich schnapp mir immer ne Tomato und dann schnapp ich mir noch ne Paprika. Paprika. Drei, drei. Eine grüne Paprika, yeah. Drei, drei, fünf, sechs, sieben. Ich hab acht Sachen zu essen, also ich denk, das reicht für die erste. Das reicht. Betrinken hab ich eins, zwei... Warte noch kurz, noch nicht rausgehen. Drei, vier große Flaschen. Ja, bei mir ist das Bild grad sehr rötlich, irgendwie. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es spät ist. Spät am Abend. Könnte sein. Ja, das könnte sein. Muss sagen, der D sieht aber schon echt schön aus, ne? Ja, gell? Ja, kann man schon so sagen. Wo es bei mir grad nicht so gut läuft. Oh, ein Brunnen. Oh, ein Brunnen, ein Brunnen. Wie ist denn das jetzt mit dem intravenösen Sanin weg? Ja? Was ist denn damit? Äh... Kannst du einfach mal geben. Wenn du unter 500 bist, äh, dir das wieder her... Ah, das weiß ich nicht. Das geilste ist, dass du bei Rice Eat All machen kannst. Du wirst danach so tot sein, einfach nur, weil du total satt bist. Echt krass, wie gut mal getarnt ist, ey. Na, ich nutze wirklich. Ja, bei dir ist halt der Rucksack scheiße. Bei mir ist der Rucksack auch scheiße. Ja, sonst sieht man dich auch kaum. Nee, finde ich nicht. Meiner ist voll auffällig, der Rote. Oh, es denkt schon wieder an zu regnen, ja, toll. Ja. Ich weiß aber auch echt nicht, was es für einen Schaden macht. Wenn man sich erkälten würde oder so, wäre das nice, aber ist ja nicht. Wäre noch nicht. Ja, ich denke, das kommt noch. Man kann sich auch noch nicht erkälten von Wasser und so. Deswegen brauchst du auch noch keine Antibiotika. Aber die brauchst du dann später. Freue ich mich schon drauf. Ja. Also, ich finde, wenn wirklich jetzt fast... Äh, doch, Antibiotika brauchst du schon. Wofür denn? Du kannst ja schon sick werden, aber durch Wunden halt, von Zombies. Echt? Ja. Gar nicht. Ich hab halt alles dabei. Ich hab Muffin. Äh, Epinephine. Ich hab immer Antibiotika früher weggeworfen, weil man das nicht braucht was. Ich hab immer Antibiotika früher weggeworfen, weil man das nicht braucht was. Ja. Haha, das glaub ich dir. Glaub ich auch. Glaub ich auch. Also ich mein, das ist wirklich nicht so der effektive Zombie-Killer. Bei mir ist es voll am Regnen gerade. Ja, bei mir auch. Das ist jetzt auch serverseitig. Ich bin nicht mehr kleinseitig. Ja, das ist auf jeden Fall auch geil. So, hier hatten wir schon alles, hatten wir das Haus schon. Äh... Nee. Nee. Die sind auch immer geil. Da kannst du immer schon mal so durchschlaufen. Kann man schon Sachen brauchen? Kann man schon Sachen brauchen? Äh, ich weiß es nicht. Hey, hier ist ein Rucksack, Rucksack, Rucksack. Yeah. Sehr cool. Ein Dauer Rucksack. Das sehen wir gleich aus. Nur ne Flasche? Ja. Sind ihr Brüder, Jumiel? Hier sind noch Spaghetti. Ich hab hier schon viel zu viel zu essen. Ja, ich auch. Was ist das hier? Nee, Spaghetti hol ich mit. Batterie hol ich auch noch mit. Wann gerade gucken, ob ich... Ach komm, scheiße auf die Mütze. Ich mach's einfach mal ein Kurierbag, ne? Ich will's einfach mal sehen. Canvas Pants Short. Was ist das hier denn? Oder... Leute, ich mach mal ein Kurierbag, ne? Kannst du machen. Eine große Gaskartusche. Alter. Sorry. Wölf Platz bietet der. Das ist gar nicht so wenig. Was ist? Wölf Platz bietet der Kurierbag hier. Den ich gerade gemacht hab. Das ist gar nicht so wenig. Achso. Ja, okay. Dafür das ist echt nur... Für den Anfang. Wie viel kostet denn das? Ding. Ja, ein Burlap-Sack und ein Rope einfach nur. Blap hasst das Ding. Das ist natürlich echt günstig. Hier liegt er. Aber wie ist das mit dem... Und er ist schön getarnt. Auf jeden Fall. Ja. Wird doch gerade gemacht. Aber wie ist das mit dem improvisierten Rucksack? Der ist glaube ich kleiner als der kleine Rucksack, aber größer als der Schulrucksack, ne? Das ist der doch, oder? Ich weiß nicht. Soll ich mir den hier holen? Der ist viel schöner get... Hier ist noch ein improvised Backpack. Braucht jemand noch einen grünen Spraypaint. Hier ist pristine grüner Spraypaint. Ach, holst du den jetzt mit? Ich glaub schon. Alter, nein. Nimm den nicht mit. Doch. Ich hab keinen Bock. Dann sehen wir ja alle gleich aus. Das ist doch langweilig. Ja, aber alter, zwölf Platz ist doch viel zu wenig. Das ist schon wenig. Dann nimm Wendern den Schulrucksack noch mit. Da ist ja sogar noch mehr drin. Ne, zwölf auch. Der hat auch nur zwölf geboten. Also geht das eigentlich? Echt? Ja, ich kam auch bis eben klar. Ich find der sieht cool aus. Ich will mal sehen. Warte, bleib stehen. Der sieht echt noch... Der sieht saugeil aus. Äh, wo bist du hin? Alter, das ist jetzt dunkel, ey. Bei mir ist es voll rötlich, ey. Echt? Also... Bei der Tanke bist du? Ach, da drüben. Ja. Rote Kette. Oh mein Gott, ein Feind, ein Feind, ein Feind, ein Feind! Nein! Ausweichen! Einfach mal schießen, aus Spaß. Genau, aus Spaß einfach mal schießen. Alter, ich brauch Pfeile. Bam! Aber ich muss echt sagen, wir sind echt gut ausgerüstet. Wir sind lustig ausgerüstet. Wir sind lustig ausgerüstet, würde ich eher sagen. Wir haben alle... Also wir haben nicht die besten Waffen, aber wir haben auch nicht die schlechtesten Waffen. Ne. Aber wir sind... Oh, du hast die beste Waffen mit den besten Attachments. Ja, ähm... Hast du die einzig durchdoppeln gekriegt und so, oder habt ihr das nicht gemacht? Wer jetzt? Ihr. Ja. Ich hab noch nie irgendwas gedoppelt oder sonst was. Ne, ne, ne. Auch nicht. Wir haben ewig nicht mehr gespielt. Ja, als wir mal irgendwas aufgenommen haben, weil irgendjemand aufnehmen wollte und wir wollten eine Sniper-Team-Aufnahme machen, ne? Weil das eh nur eine Server war, wo alle RDM gemacht haben. Mhm. Und dann einfach auf den Hügel gehockt, alle erstmal eine Sniper gedoppelt und dann ging's los. Alle mit der gleichen Sniper. Ja. Aber sonst hab ich das auch nicht gemacht. Danach haben wir sie auch wieder weggepackt. Ja. Weil ist halt echt scheiße. Lass mal ganz kurz in das Haus hier reingucken, in das Blaue. Krass finde ich, hab ich ne Folge von Daniel geguckt, äh hier, von Monday 7, ähm, und dann finden die so, ähm, ich glaub Mosin war das, Mosin-Munition, irgendwie 6 Billiarden Schuss oder so. Also vom Hacker natürlich. Ja. Mega krass. Also noch auffälliger geht's ja nicht. 6 Billiarden. Ja, irgend so, was war das? Haben sie mitgenommen? Nee, 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 die haben das, äh, nur geguckt, ob es auch wirklich funktioniert, also gesplittet und dann hatten sie zweimal drei Billiarden oder so Schuss. Und damit waren das dann auch echt chamberl. Ja, ja. Aber dann hattest du halt auch wirklich, also das war nur ein Magazin sozusagen, ne? Und das hatte halt so viel Schuss geboten, du musst also nie nachladen. Da haben sie halt natürlich liegen. Das sieht voll witzig aus mit dem Bäckchen. Ja, das wär so krass. Warte, ist das da für ne Farbe? Grün. Ja. Äh, in die Dinger hier kann man ja nicht rein, ne? Nee, nee, geht net. Ich bin hier rein! Alter! Alter, weg! Alter, ja! Achso, hier. Okay, Krankenhaus hast du schon durchsucht, ne? Vandalismus! Fickt euch alle! Das System ist scheiße! Ich kann die Augen ja auseinanderhalten, gell. Die seht jetzt so ähnlich aus, irgendwie. Äh, echt? Ich hab ne Ambus auf. Guck mal hier! Du hast mir nichts zu... Ja, gut, es ist halt auch dunkel, ne? Du hast mir nichts zu sagen... Ja, ja, hab ich schon. Alter, bei mir ist es voll hell. Bei mir ist es mega, ganz normal eigentlich. Hör mir auf zu sagen, was ich machen soll! Ich guck mal ganz kurz in das Lagerhaus hier rein. Das Wellblechhaus. Ja. Und dann ist da hinten noch ein Haus, wo wir auf jeden Fall reingucken müssen. Ey, hat das eigentlich nen Nachteil, wenn ich das Zweibein immer ausgefahren lass? Äh, eigentlich nein. Vielleicht läuft der langsamer oder so. Oder die Waffe ist nicht so mobil, keine Ahnung. Aber eigentlich wüsste ich nichts. Kann irgendwie... Äh, wie krieg ich den Bug nochmal weg, dass ich, wenn ich nicht renne, dass ich total langsam gehe? Nämlich nur so. Ähm, C drücken. Äh, ne, nicht C hier. Leert hast du da rechts gelegt? Wollen wir mal rechts klick? Ja. Ne, ändert nichts. Achso. Äh. Was ist das hier denn? Oh man, wie die... Bandana! Ah, mit Doppelchiff gedrückt. Äh, Doppelchiffklicker. Ah, genau. Es gab so viele... Ja, immer. Auch in Arma 3, ja. Ne Cola. Ah, ja. Ne mit. Jetzt könnte man eigentlich wirklich Walking Dead in Daisy spielen, wo es so viele verschiedene Waffen und so gibt. Äh, soll ich den Zombie umklappen oder versuchen? Ne, oder? Ja. Er guckt uns zwar genau an und folgt uns mit dem Blick. Er guckt uns genau an und folgt uns sogar. Der dreht sich zu uns mit. Aber... Er kommt nicht. Bei mir nicht. Er guckt er weg. Nicht? Das ist perfekt bei uns mit. Welches denn? Auf jeden Fall. Das ist da direkt vor uns. Freistecken wir. Und die Lagerhalle direkt... Ach, das... das Klavierhaus. Klavierhaus? Ja, genau. Das Klavierhaus. Ist hier vorne ein Eingang? Waffen drin und Munition und alles. Ja, das ist relativ viel. Ich finde es ganz lustig, dass das so nach Häusern gemacht ist. Ich meine, in einem Tech-Gebäude verstehe ich das noch halbwegs, aber... Solchen Häusern? Ich weiß nicht. Ja, ist halt ein bisschen einfacher. Ja. Müssen sie nicht so viel... Ah, wie geil. Da ist noch eine... Hier. Eine Bar. Da müssen wir auch noch reingucken. Okay, da oben ist eine Weste. Sowieso schon mal geiler, dass du viel mehr findest in viel mehr Häusern und so. Hier ist eine Wasserflasche. Ich hab noch eine Wasserflasche. Und hier ist Reis. Oh, nice. Ohne Axt. Ich hab keiner. Juhu. Und eine komplett zerstörte Irgendwasjacke. Ja. Ein Regenanzug. Ein grüner Regenanzug. Geil. Hol mit. Der ist nice. Aber, dann lass dir das Zuinket geben. Ich glaub, den kannst du nähen. Noch irgendwas hier oben? Pfeile oder so? Ach. Eine Map? Ich lege unbedingt mal eine Pfeile. Na gut, dann gucke ich mal direkt in die Bar rein. Die ist ja direkt gegenüber hier. Hä? 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 Was ist das denn für eine Scheiße? Sobald ich die Sachen am Boden lege, ist der Reis weg. Ach. Fick dich. Fick. 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 Hier sind Reiterstiefel. Uh. Nice. Wenn jemand irgendwie einen Fetisch von euch hat. Ne. Klar. Noch nicht. Ne. Noch ein Defi? Ne. Noch ein Christine? Ne. Hab ich auch keinen Fetisch. Ich hab den nicht mitgenommen. Achso, du hast keinen Defi mitgenommen. Ne, ne. Ich hatte ja keinen Platz mehr. Oh nein. Wir haben unseren weggeschmissen. Ja, da ist ja einer. Wenn ihr den unbedingt mitnehmen wollt. Hier ist noch ne Brille, wenn jemand will. Oh, geil. Ja, wo denn? Äh, in der Bar. In der Bar? Wo ist sie denn? Ey, direkt gegenüber von dem Gebäude. Achso, ihr seid schon wieder raus. Was ist das denn? Ne? Ein riesen Bajonett. Oh, für die SKS. Oh nein. Für sie. Ich hab ein riesen Monster-Bajonett für dich. Leute, kann mir jemand ein bisschen Essen abnehmen? Oder einer von anderen. Ich weiß gar nicht, welche Bar ihr meint irgendwie. Ey, das rote Gebäude gegenüber. Das ist ne Bar. Hier. Warte, ich stehe jetzt. Hier. Na. Hallo. Oh. Server's down. Ich hab das Bajonett nicht aufnehmen können. Nein. Das ist weg. Egal. Wenn wir auf die gleiche Server wieder gehen, dann sind wir jetzt direkt nach dem Restart drinnen. Und dann ist echt nice. Oh, er ist mein Cookie ey. Okay. Okay.